Afrin wird eine türkische Provinz umgewandelt. Träuch der Abschluss von der Region, stellte Afrin ein Beispiel des Aufbaus einer demokratischen Selbstverwaltung dar. Nach der türkischen Invention wird Afrin durch Masaka, Plünderung, Vertreibung und Assoziation türkisiert. Hoch wie internationale Solidarität! Die Maßnahmen, die der türkische Staat in Afrin bis heute umgesetzt hat, unterscheidet sich kaum von denen ihres alten Verkündeten, denn der türkische Staat, so wie sich der IS ein Stolz bei der Zerstörung der Heiligen Orte und der gesetzten Gesellschaften präsentierte. So haben der türkische Staat und seinem Ließengleich am ersten Tag ihr Einmarscht, ihr Stadtzentrum von Afrin, die Staunen des Schmiedeskaba niedergerissen und ihr Zerstörungsgut lag in der ganzen Welt übertragen. Die Bilder konnten über Rudab überall gesehen werden. Ihr Ausstrahlung rinerte an die Propagandaaufnahme der islamischen Staat, auf denen sich die Jihadisten darstellen, wie sie in der antiken Stadt Palmyra nutzt. Fünf offizielle Gefängnisse und dutzend sehr weitere Kölke. Der türkische Staat und seine Milizen haben ein 18. März 2018 damit begonnen, praktisch jeden Tag türkische Menschen zu verschleppen, zu foltern und zu ermorden. Nach Informationen des Zentrums der Dokumentation und Archivierung von Menschenrechtsverletzungen in Afrin wurden am 18. März bis zum Ende des Jahres 2018 270 Menschen in Afrin ermordet und 4.500 Menschen verschlägt und verfolgt. In Afrin gibt es im Moment fünf offizielle Gefängnisse. In Merata und in Rejo befinden sich jeweils ein Gefängnis. In der Stadt Afrin selbst sind Gefängnisse in der Asim-Schule, der Asim-Jamon-Schule und im Keller unter dem Gericht eingerichtet worden. Jede Minister-Jihadist in Afrin hat außerhalb ihr eigenes Gefängnis errichtet. Nach Angaben des Dokumentationszentrums wurden von der Militien 206 Häuser zu Kölken und militärischen Hauptquartiden umgewandelt. Darüber hinaus befinden sich Menschen aus Afrin im Gefängnis in Asas, Mare und Array. Entführung, Vortragung und Ermordung. Die meisten Entführungen rund Khazin fanden in denen erzidische Werfer Mavrune, Qabara und Khazin-Estaat. Von denen 5.500 Personen, die durch die Besassungstruben verschlebt worden sind, 850 Verschwunden, von denen Verschwundenen sind 139 Frauen. Der türkische Staat und seine Militien gingen aus Kurden-Fremdlichkeit auch gegen eigene Kalaboratoren von der NKC und ihr Familienvorstand der erhofften Posten. Im Besassungsregime wurden sie ebenfalls zu viel von Blünderung, Entführung und Folter. Einer der vom türkischen Staat entführten und geförderten Menschen war der Kohl-Werkermeister des Reichs, Schia-Ahmelschen-Kohl von der Kredite. In der Sonderung angehörigen reichen Familien auch der arabischen wurden gegen Lösegeld entführt. Die Militien verlangen Lösegeld im fieseligen Dollarbereich. Hoch! Die internationale Solidarität! Hoch! Die internationale Solidarität! Hoch! Die internationale Solidarität! Liebe Nüsteraner, sogar die Demografie von Afri wird verendet. Die Häuser und der Erzins von Welt über 100.000 Menschen in Afri wegen der Invention verlassen müssen. Der türkische Staat brachte an ihrer Stelle etwa 80.000 Menschen aus Gotha, Horst, Kalamur, Hama, Damaskus und andere Gebiete in Syrien in die Region und die sie in Afri. Denk reichst du den Wunder von Haar! Allerdings! Jäger Köln